Guido hier von Blockbuilders.de und ich will euch heute zeigen, ob ihr Kraken auf Deutsch oder auf Englisch nutzen könnt. Das Problem ist, viele versuchen Kraken zu nutzen und versuchen das auf Deutsch zu machen, aber mittlerweile ist die deutsche Sprache hier nicht mehr verfügbar. Das heißt, viele andere Sprachen arbeiten nicht mehr Deutsch. Das hängt damit zusammen, dass ihr bei Kraken auf Futures handeln könnt und Kryptowährungen und die BaFin da mal ein bisschen kritisch drauf schaut. Deswegen sind eigentlich alle Kryptobörsen, also alle internationalen Kryptobörsen wie Binance, FTX ebenfalls hingegangen und bewerben die Börsen nicht mehr aktiv in Deutschland und bieten auch keine deutsche Sprache mehr an. Man kann die problemlos als Deutscher nutzen, kann sich da auch mit seiner deutschen Adresse verifizieren, kann alle Funktionen nutzen, aber eben die deutsche Sprache wird dort nicht mehr unterstützt. Da habt ihr auch keine Möglichkeit, das zu ändern. Auch wenn ihr Google Translate nehmen wollt, um die Webseite zu übersetzen, das funktioniert auch nicht richtig. Das nur so als kurzes Update.